Zehn Jahre Kinderpalliativzentrum in Datteln. Herzlichen Glückwunsch und vor allem herzlichen Dank. Ich bedanke mich für das großartige, auch ehrenamtliche Engagement, das Sie an den Tag legen, um Kinder auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Eine unheimlich wichtige Arbeit, auch für die trauernden Angehörigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Zukunft viel Kraft, Engagement und Unterstützung. Liebe Grüße aus Recklinghausen nach Datteln.